Hallo liebe Freunde im Brahmshaus, hallo liebe Zuhörer. Ich bin Oliver Ehrlich, komme aus Baden-Baden und würde euch gerne diesen musikalischen Gruß schicken. Und zwar ein Ausschnitt aus dem feierlichen Stück von Richard Wagner. Ich freue mich schon sehr auf unser Wiedersehen im Oktober bei unserem Konzert im Alten Ratssaal. Und bis dahin, bleibt gesund und bleibt vor allem zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020